Hallo Leute! Willkommen zu einer neuen Runde von Damned! Mit dabei heute Dalu, Goro, Capuzzo und Crabz! Hallo! Hallo! Dein Leitung war vorher schön, Alter! Ja, und wenn ihr das nicht zu würdigen wisst, so... Und... Ich bin das Monster, die Mary! Das ist Gott! Ihr müsst uns hier befreien, wir können hier nicht raus! Nein, wir müssen euch nicht befreien, das wäre doch viel zu unfair! Wie wäre es, wenn du einfach hier die Tür eintritt? Wir können hier weggehen, nicht raus! Gott, Gott, wir können hier nicht raus! Scheiße! Scheiße, das ist Mary! Wo bist du denn langsam? Wo ist sie hin? Und weißt du, wo sie jetzt ist? Nein, wo bist du denn jetzt? Ich kann mich teleportieren! Doch! Ihr wisst gar nicht, was da jetzt ist, Leute! Das ist der Beichtstuhl hier! Leute, kommt bitte zu der Toilette! Ich bin alleine mit dem Priester! Kein Problem, wir haben nur Baby vor unserer Tür! Ja, aber wir kriegen das nicht... Ich hab zwar noch zwei Schlüssel, aber... Ich hab nur einen! Plag die Tür einfach ein! Oh, Crabz geht nicht raus! Da draußen ist sie! Ich weine! Ich brauch's auch! Hast du das jetzt schon mal aufgemacht? Ist sie hier jemand? Nein! Ihr müsst die Tür... Hilft mir! I'm out of here, Goro! Sieh zu, wie du zurechtkommst! Ah! Jetzt! Grants ist draußen! Grants ist draußen! Ich bin abgehauen! Das war Grants! Hälfte armen Mary! Die armen Mary! Hau ab! Hau weg! Das ist eine scheiß Sackgasse, wo wir sind! Teleport! Crabz kommt nicht raus! Teleport! 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 Oh! Was ist denn das für eine Taschenlampe? Wem gehört die? Das siehst du nicht! Das sehe ich nicht! Oh! Dreht euch nicht um! Wer kann sich nicht um! Wer kann sich nicht um! Ich hab so Schwier'n! Ich hab echt zu Schwier'n! Wer ist denn Scott? Wer ist denn der Scotty Boy? Ich bin nicht Scott! Grants geht raus! Du bist schon... Du Arschloch! Hau ab, Mann! Was denn? Der war hier gerade! Der ist hier nicht! Doch! Ich bin nur sehr langsam! Hallo! Die Tür geht auf! Da kommt so'n scheiß Priester rein! Ihr seid nicht weit! Hilf doch einem weinenden Mädchen! Wo bist du hin, verdammt! Ich seh' auch! Ich hab' die Mary noch nicht gesehen! Nein, du kannst nicht unsichtbar werden! Ich kenn' mich aber teleportieren! Komm mit, Pater! Komm mit sie mit! Hier waren bitte richtig drin! Da ist sie! Da! Schaut! Da ist sie! Da war sie gerade hier! Du musst sie mal anziehen! Verfolgt sie! Und haut sie zusammen! Sie ist uns entgegengelaufen! Warte! Ja! Oh mein Gott! 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 Oh, Grants, Alter! Du bist so ein Arsch! Oh! Oh mein Gott! Du musst dich genau vor mich teleportieren! Oh, Grant, du bist so ein Arschloch, das gibt's ja nicht. Ich bin da fast draufgegangen dafür. Mit euch bin ich nicht hier drin. Hallo! Oh, sie rennt, sie rennt! Aber Mary ist ja schon unfair, oder? Wenn ihr in meiner Nähe seid, dann kann ich erst sprinten. Also wenn ihr, ich kann sonst nichts tun, erst mal nicht wirklich lang bei euch in der Nähe bin. Ansonsten bin ich super langsam. Bist du blöd, du bist der Mann, du willst mir helfen. Oh, Grant, Alter, Grant ist auch kein Teamplayer. Hier liegt einer auf dem Boot. Gansack! Warte, ich bin noch... Töter als Mary. Weißt du, Grant hat uns noch umgetreten, weißt du? Ich hab nicht genau vor Grant teleportiert. Du stehst vor der Tür! Ja, ich halte sie ja zu! Welche Tür ist denn dazu? Hallo? Dass für sie die Türen offen sind, oder nicht? Nein! Aber ich muss sie selber öffnen! Hier ist mir safe! In dem Raum bin ich übrigens gespawnt, heute. Hast du Schlüssel? Ist mir safe? Grant! Grant! Ja, sehr falsch! Hört ihr das weinen? Nein! Ich hau ab, du Schlampe! Mach's gut! Ich hau ab, du Schlampe! Komm, gleich kann ich den Fancy-Modus wieder anmachen! Jetzt hau ab! Jetzt hab ich den Fancy-Modus! Kapuze, hau ab, Mann! Du bist am Arsch! Mach nicht! AAAAAAAAHHHHH! Kapuze! Kapuze, nimmst du noch! Wieso bleibst du denn da stehen und gehst nicht im Haus? Ja, weil die Tür zu war! Du kannst auch aufmachen! Ja, ey, weil die Mary hinter mir steht! Das ist so einfach! Wieso hat Grant die Tür überhaupt zugemacht? Ich weiß nicht, weil er ein Penner ist! Ich meinst, Grant ist der nächste Huwe, ne? Ja! Ich dachte, ich komm hier raus! Und das Lustige ist, er hat gar nichts! Was, ich hab alles! Ich hab den Rechstern zu! Ja, die ganzen Schlüssel von meiner Leiche und von Kapuze! Ja, siehste! Dalu, Dalu, friss ihn! Ich versuch's, ey! Jetzt muss ich natürlich erstmal wieder Teleport aufbauen! Ja! Oh, du Pferde machst doch diese Tür zu! Normalerweise rennt jeder weg! Du nimmst dir die Ruhe und machst du! Ja, aber ich wollte, dass der hinter mir herkommt! Ja, aber ich war doch drin! Ja, und? Aber ich bin nicht! Du bist ein Dweck, so war doch ein Cranster! Ja! Unmöglich! Mit dem kann man nicht spielen! Weißt du, das ist ja kein Spiel, du musst spielen! Echt? Du bist ein Cran! 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 Oh, ich kann nicht mehr Hände! Ah, die Hände, komm! Echt? Lass mich! Dann kriegst du dann auch bald die Jumpscares! Ja! Lass mich! Oh, die Mary, die ist ja sogar... Man kann ja sogar nach unten gucken! Und dann sieht man ja sogar ein bisschen was von der Stur! Oh, die auch nicht! Also ein typisches, äh, langhaariges, schwarzes Mädchen. Weißt du, die Mary hat Probleme, ich bin aufm Klo eingesperrt und krieg die Tür nicht ganz auf. Oh. Ähm. Red. Ist der auch aufm Klo? Red ist auch aufm Klo. Ja. Ich mach mal die einzige Kabine auf. Ich wollt's nur mal sagen. Ich mach dann mal leise die Kabine auf. Wer hält denn hier zu? Nein, hier ist niemand. Ist hier in der nächsten Kabine jemand? Nein, hier ist niemand. Oh, wir haben noch ein paar. Dreh dich nicht um. Ist er hier denn? Warum ist das Licht ausgegangen? Ich hör doch hier was. Scott? Scotty? Bist du auf dem Klo? Okay, eine Kabine hab ich noch. Ich hab noch eine Kabine. Da hinten brennt Licht. Ich teleportier mich mal ein bisschen. Das ist eine gute Idee, Grace. Wie kann ich die Lampe denn ausmachen? Echtlich. Beri? Beri ist er in der D-Mail? Durch der Tür ist er? Slumpe. Ich muss mehr Telepots... Halloo! Alter! Ah, er war genau in der anderen Kabine, also ich war auf dem Damen-Klo, er auf dem Männer-Klo. Ja, genau. Ich bin ja auch ein Kerl. Natürlich, weil du ein Kerl bist. Mary guckt erst auf dem Damen-Klo nach. Ich bin da gespawnt leider. Wie du bist da gespawnt? Ja, ich kann mich, ich teleportier mich random in Räume. Ach so. Aber du hast dich einmal genau vor mich teleportiert, ich dachte, das war mit Absicht gewesen. Ja, das war auch Absicht, da war ich im Fancy-Mode, da kann ich schneller rennen. Kannst du das nicht steuern, welcher Raum du dich teleportierst? Nein. Oh. Aber es ist vielleicht auch ganz gut so. Ja. Great. Jetzt ist er weg, jetzt ist er so, jetzt kriegt er das, was er findet. Oh, der Fancy-Mode lehnt sich auf. Es got loud. Eine Sekunde mehr. Komm, lass mich rennen. Der Kiel leh ich zum Schlampe. Du mich verliebt, du Schlampe. Aaaaaaah! Was habt ihr denn? Was wollt ihr von mir? Ich hab nichts zu verpacken. Ich hab nichts zu verpacken. Ne, das sehen wir auch nicht. Es gibt nur einen. Ja, hättest du jetzt mal von den Leichen die ganzen Schlüssel, was? Ja, genau. Ich hab sehr viele Schlüssel. Mann, der Fancy-Mode war fast aufgeladen, ey. War fast charged. Ja, dann hätt ich chargen können. Das ist, weil er nicht so stehen geblieben ist, wie du kaputt bist. Ja, aber wenn die Tür zu war, ich... Ich hätte doch nicht rennen können. Ich wär super langsam wieder hergegangen. Aber du warst trotzdem neben mir. Dann kannst du mich ja trotzdem töten. Ey, wer hat das schwarz-weiß gemacht? Ich war halt wie in einem kleinen Film, da sind die Mädchen... Du fliegst so ein T-Rex, tritt auf sie drauf und die bleiben noch stehen und schauen so. Genauso war ich. Ich hätte ja auch Angst. Weißt du? Komm schon, wo ist'n? Ach, wer liegt denn hier? Pater! Pater? Scheiße, zweimal in den selben Raum teleportiert. Das ist kacke. Jetzt hab ich cool laut. Du kannst es aber schon, wann du denn dich teleportierst, oder? Genau. Also je länger ich rumlaufe, ganz langsam, desto bunter wird mein Bild. Ah. Wenn es bunt ist, kann ich teleportieren. Aber die Mary ist schon der Geilste. Also die Mary ist schon rum. Was kann die denn, außer teleportieren? Naja, und laufen halt. Dieser Lurker wird halt nur unsichtbar und kann sich sichtbar machen. Ich finde, die Mary hat noch so'n random Faktor mit dazu, der sehr cool ist. Du kannst die Mary besiegen, aber sie hat auch voll den Vorteil mit denen teleportieren. Der Lurker zum Beispiel, das finde ich in dem Haus hier fast unbesiegbar. Ja, ja. Im Wald ist er halt scheiße. Im Wald ist er jetzt nicht so cool. Und was war der andere? Ja, das Phantom. Das Phantom. Gut, das sieht halt immer was, ne? Das kann halt schon gezielt nervig wen verfolgen. Aber die Mary ist halt irgendwie im Küssen, finde ich. Aber das ist doch der neueste Charakter. Ja. Ach, ich fand das Phantom gar nicht so schlecht. Ja, das ist ja cool. Komm schon, ich muss mich doch einmal in den richtigen Raum teleportieren. Ah! Lungerst du rum? Weil laufen kannst du mit der Mary leider vergessen. Hey, die kann die nicht. Hey, du hast vorhin noch einen Schlüssel aufgesammelt, falls du es nicht gesehen hast. Ja, ja, hab ich. Aber hast du unseren eigentlich schon gelootet? Ja. Echt? Man, der auch? Am Klo? Ja. Er war doch die ganze Zeit aufm Klo. Er war nicht, wo ich lag. Aber trotzdem ist das cool gemacht, dass es diese Fallen gibt. Die kann nur der Lurker ja ausmachen. Ist schon nice gemacht, muss man sagen. Ja. Die halten dich fest, die geben mir ne Chance. Weil irgendwann zu rounden die dich auch zu 360 Grad. Dann stehst du da. Hashtag bei Grants läuft's. Ich hab schon ein bisschen Angst. Du bist... Ja, ja. Das hoffe ich. Du musst auf die Sachen achten, die blinken. Der ist ein Schlüssel, Grants. Rechts, 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 rechts. Rechts, 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 rechts. Du darfst dich. Doch, da. Doch, überall. Grants. Bleib länger in meiner Nähe. Das ist immer gut. Ich bin schwarz-weiß. Schott, die Maryville. Wieso kann ich nicht nach rechts gehen? Das ist auch so... Irgendwann geht die Steuerung so halb aus. Oh nein, alles ist leer! Alles ist leer. Mach das die Tür auf, du Sau. Schott, lauf. Schott, lauf. Keiche. Nein. Das Grants am Scott ist. Wieso bin ich jetzt schon wieder hier auf einmal? Weil du zurückgegangen bist. Weil du zurückgegangen bist. Weil du jetzt schon raus teleportierst. Ja. Die Mary ist nicht mehr da. Ich habe mich gerade wieder rein teleportiert. Aus Glück. Ich war genau hinter dir gelandet. Oh geil. Wir sehen dasselbe, was du siehst. Das war so ein Freak ey. Das ist auch so ein Face gesehen. RTP aber komm. Lauf. Da liegt der Pack. Das ist nicht da. Das ist falsch. Aber wenn du möchtest, kannst du auch gerne rein gehen. Fancy Mode! Check doch nicht. Nein, er ist doch da. Wo ist er? Du hast genau... Du hast genau rechtzeitig diese eine Tür zugemacht. Siehst du, Leute? Deswegen macht man die Tür. Ja, aber ich bin genau dagegen. Meine Steuerung geht nicht mehr. Ja, das ist schön. Okay, ich gehe rückwärts. Der kann doch noch ganz gehen. Das wäre doch viel geiler. Nein, du kannst nur noch vorwärts gehen und dann mit der Maus nur lenken. Du kannst A und D irgendwann nicht mehr benutzen. Ich konnte gerade nicht mehr vorwärts drücken. Es macht schon Spaß, muss man sagen. Au! Er hält mich! Was? Er hält mich? Gehen wir doch einmal einen richtigen Teleport hier. Du kannst dich vielleicht doch bewegen, aber vielleicht gehst du in die Hände rein. Okay. Hier habe ich alles, glaube ich. Ey, das... Wie sah das eigentlich gerade aus, dass ich die Tür aufgemacht habe und du durch wolltest? Das ist bestimmt voll nice aus der anderen Sicht. Komm, ich will so ein random Face nochmal. Manche sind echt creepy ey. Oh! Da ist er ja. Siehst du ihn? Ja. Nein. Aber ich brauche noch eine Stunde, bis ich da bin. Na gut, okay. Von wegen, der steht bestimmt vor der Tür. Nein, ich meine, der steht nicht vor der Tür. Gehe ruhig. Grants, du musst uns rächen. Oder mich? Boah, ich will das unbedingt mit Oculus spielen, ey. Das wird bestimmt der Shit. Ja, dann mache ich das auch. Da liege ich, Grants. Ach, den hast du nämlich nicht gelootet. Er ist nicht gelootet, ey. Nein. Ja. Da schaust du was. Da war schon wieder dieses Face, aber jetzt ist es nicht mehr. Doch, manchmal catcht die das immer noch, weil du rechnest halt manchmal auch gar nicht mehr mit. Und dann, wenn du gerade irgendwas anderes machst oder so. Wieso hast du die Taschenlampe noch an Kapuze? Sorry, ich hatte keine Zeit. Ach, was ich machen müsste, ist selber immer die Türen zu machen. Ich müsste selbst die ganzen Türen schließen. Aber Teleport kann ich gar nicht steuern. Also ich komme wirklich random. Also nicht mal in deiner Nähe oder so. Habe ich diese Tür dich gerade eben geöffnet? Nee. Wieso war denn da schon einer von euch? Oh. Grants, die Richtung war schon richtig. Nein. Was? Da warst du schon. Teleport. Aber da vorne stand er doch. Teleport. Grenz. Nicht vorbei. Scott. Dreh dich mal um. Du bist der, babe. Dreh dich mal um und guck mal zwischen die Öfen. Grants, mach das! Äh, Alter! Grants. Pingen mal. Scheiße. Grants, das wäre aber das Beste gewesen, was ich gemacht habe. Du hast dich genau hinter euch teleportiert, oder? Ey, ich stand auf der anderen Seite von den Öfen. Ich konnte ihn nicht angreifen, aber ich stand genau dahinten. Oh. Grants, hättest dich umdrehen müssen. Nein, ich hatte Angst. Ja, aber nicht. Das ist schon echt eine feine Sache, ey. Länger überlebt als hier, Noobs, ey. Ja. Ach so, ey. Du hast jetzt rumgebracht. Grants, musst du was machen. Büster 1. Böse. Jo, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut doch mal bei den anderen vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.